Du bist so breit wie Matheo. Ey, warum schneidet er da Gesichter rein? Das ist, also inzwischen gibt es mehr Channel, die mein Gesichter als Emotes haben, als wir Bonja-Mental-Emotes haben. Ich bin bei Caruso ein- oder zweimal vertreten, bei Vlesk bin ich drin, bei ähm, was war's? Ja, was war Trill eigentlich los? Warum stellt ein Trill die Kamera so ein, als wenn er auf mich filmen würde? Aber er steht, normalerweise stellt man doch die Cam so ein, dass sie ungefähr auf Augenhöhe ist und nicht so komplett von unten. Das ist so eine Hero-Pose, das ist so ein mega unnahbar Trill. Dann haben wir noch ein Tütchen mit Come-In, das ist sonst mein Suchbegriff auf, äh, auf anderen Plattformen, aber Come-In. War das ein gesponserter Stream? Der macht so Jokes. Der macht so, der macht so Jokes beim gesponserten Format. Kannst, äh, da geht der Vertrag aber flöten. Nachricht von Maluna. So, was, was ist los Maluna? Lieber Matteo, ich glaub am Donnerstag, das ist der 22. Können weder ich noch Vlesk noch Baso. Ich würde den Freitag vorschlagen. Oder Samstag. Oder Sonntag. Mann. Und ich danke dir vielmals, dass du mich als essenziellen Part unserer Crew siehst. Ich kann auch noch mal kurz Vlesk und Baso schreiben. So. Hi, liebe Maluna. Erstmal, was soll der Scheiß? Warum hörst du die Sprachnachricht von Baso ab? Das ist nicht deine gewesen. Das ist Verletzung, äh, Datenschutz und Menschenrecht, glaub ich. So, also Donnerstag, wenn Donnerstag nicht geht. Freitag geht nicht, weil da stream ich nie. Samstag stream ich auch nie. Sonntag geht auch nicht, weil da spiel ich immer RimWorld. Das heißt, wir müssen entweder auf nächste Woche verlegen oder nicht. Diese Nachricht ist jetzt an Maluna. Die darf Baso nicht sehen. Tschüss. So, jetzt die raus, aber nur an Maluna. Baso darf die jetzt nicht sehen, weil das ist... Ihr versteht das Problem, ne? Äh, ich wette, Baso wird es sehen. Nein, auf keinen Fall. Ich werde Baso anzeigen. Ist das Bankwort oder schon? Ähm... Alles gut. Jetzt genau geradeaus. Was bin ich sehend? Das wird auch... Ne, ne. Das wird gar nichts für... Ja. Maluna. Mal eine Nachricht von Maluna. Ey, ich brauche gar nicht mehr die Dies Videos zu gucken. Ich kann ja nicht den ganzen Tag... So, ich kann den ganzen Tag einfach nur Clips gucken. Warum hört man denn nicht? Lieber Matteo. Ähm, ihr könnt super gerne, auch wenn ich super gerne dabei bin, auch ohne mich spielen, diese Woche, wenn ihr wollt und ich steige... Warte nochmal, was? Lieber Matteo. Ähm, ihr könnt super gerne, auch wenn ich super gerne dabei bin, auch ohne mich spielen, diese Woche, wenn ihr wollt und ich steige einfach nächste Woche wieder ein. Oder wir nehmen den Donnerstag und machen das irgendwie nachmittags, mittags. Nachmittags, mittags! Mann, Maluna! Okay, vielleicht... Also, ich weiß das ja nicht. Sie kann das ja nicht wissen, ne? Okay, wir hören mal zu Ende erstmal. Ich bin mir fast sicher, dass Vlesse und Baso nämlich auch nicht am Donnerstag können. Ich frag sie mal. Wenn das... Also, sonst eher so Nachmittags, Donnerstag würde wahrscheinlich sogar klappen. Oder Vormittags, Nachmittags. Aber ich weiß nicht, ob du da schon wach bist. Liebe Grüße, Maluna. So, hallo Maluna. Also, das Problem ist, ich bin da nie wach. Ich streame seit 2017 immer um 20 Uhr. Von 20 bis 24 Uhr. Keine Sekunde davor, keine danach. Das ist einfach... Das ist ein Job. Ich mach das hier nicht zum Spaß. Ich versuche hier Geld zu verdienen für meine Familie. Wenn das nicht geht, lass doch einfach um eine Woche verschieben. Ist doch nicht so schlimm. Wir müssen ja nicht jedes Mal... Mann! Also, wir machen's... Lass nochmal... Lass mal schreiben. Auf... Twitter. Tschüss. Matteo. So. Haben wir da wieder. Roblesque wieder. Mit der AWP. Close hier. Close, close, close. Uff. Boah. Boah. Beide da. Boah. Ace, Junge. Ich bin relativ lange in dem... Wiss... Warte, wir gehen nochmal rein. Nachricht Nummer drei. Lieber Matteo. Was ist das für eine Evolution von Hintergrundbildern? Extrem muskulöser Mann. So. Erstmal hören wir uns die Nachricht von Maluna an. Lieber Matteo, wenn es für die Familie ist, dann kann ich das natürlich verstehen. Und dann würde ich einfach alle meine Termine absagen und den Donnerstag freimachen. Von 20 bis 24 Uhr. Liebe Grüße. So. Liebe Maluna. Hier fünf Euro für die Familie. Ich will doch gar nicht, dass du die ganze Woche jetzt verschieben musst und alle deine Termine absagst. Wegen so ein bisschen Sea of Thieves. Das ist eh so ein Casual-Game, wo wir einfach nur ein bisschen uns abfackeln und dann irgendwo gegen die Wand fahren. Lass doch einfach ganz entspannt die Woche sagen. Dann machen wir einfach nicht diese Woche, sondern einfach nächste Woche. Das ist ein Bild von The Rock. Der ist muskulöser als dein Hintergrund. Bild. Tschüss Maluna. Zweimal mal satt, ja. Headphone Warning. Check. Jetzt wollte ich euch davor warnen, dass es laut wird. Und wie habe ich es gemacht? Indem ich geschrien habe. Also ich glaube, ich bin der dümmste Mensch auf Twitch, oder? So ein cuter Boomer. So ein tschüss. 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 Hat Maluna mich gerade cuter Boomer genannt. So ein tschüss. 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 Vielen Dank.